also es geht wieder weiter aufnahme also ich habe jetzt 2 209 Tore ja toll weil du mehr Tore machst und ich mache mehr Flanken so eine scheiße hier nein ich habe nicht wieder gegen Latte down oh Gott und bei mir hängt das gerade bei schwarz was für ein steiler Aufstieg in gänzlich neues Fähler Sprechenspieler für die Systeme Eierlberg 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 ja nein die Umstellung ohr hatten und zu er hatten zu er ist das und der Schiedsrichter bestimmt Schwurbel und Schwurbel er hat zu viel geschwubbelt ja wer will wenn nimmt den wieder aussehen was kann ich hab Prozent macht die Perfekt und dieser Flanke die wird perfekt geworden ja aah ja ja eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld Sandil hast du zu viel aber leider kommt er nicht an hä na wir wir nicht wir nicht ja 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 Bolognese ja ja so hat kein FIFA zockt einfach kein FIFA kann man nicht kann man kann man den nicht mal treffen und noch nicht mehr 8 komische Engländer auch noch komische die soll alle Deutschland dann das verstehen wir die alle der Ball ist frei jeder kann ihn haben lustig wer da ein deutscher Gott nennt Achtung 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 das war so gut wird werden das kann ich nicht er hat gesagt mit er ja da habe ich gerade auch die Fickstraße ja er schiebt sich da ich war für mich mit Ball Prozent 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 Niederland sie geht mit dem Schiedsrichter die ich war zurückgegangen Kostmann und kann man nicht einmal was sie in Ruhe der muss sich erst mal konzentrieren ja wie ich mal und das ist ich glaube an dich ja die hat ihn gelegt ah scheiße scheiße Junge äh ne oh Junge da braucht er den Ball erstellen ich würde nicht sagen egal nichts für mich Prozent 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 ganz viel Spaß Oha, schön! Guck mal, hier tanzt sich noch ein bisschen! Nein! Guck! Guck! Felsinieft der Oha! Oh man! Ey! Mohamed! Ne, Mohamed! Guck mal, hier hat die Nummer umgebracht! Zwei Ein Klasse-Tor! Und völlig rechts lässt sich der Neuer und völlig rechts lässt sich der Neuer voll allein eingef наша reingesammelt! Das ist nicht, was aber gut! Auch du willst die! Und jetzt nicht wie du weißt! Du hast du so! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! nicht drinnen gewesen ja ich dachte ich bekomme du sagst Tor nein und wie will man den dann verteidigen warum sagst du mal Tor er nenn dich mal Tor ja das ist super das wird das Wort ja der Fickstraße der Köln ist gemacht die Hände wie kann ich denn den Weg machen mehr das Problem ist ja das Problem ist ja das kann ich nicht machen weil ich das nicht kann auch weil sie nicht macht Spaß wo ich schieße ich gucke mal zu Toto jetzt an so so mit dem Kultus der Mitglieder sie sind und spielte weiter aber nur Angst hat weil bei YouTube sagt er hat sich die Beleidigen sich oder so und Schimpfler und sowas er soll die da sollen die mir eine Nachricht schicken dr die ich immer bei Gegnern rum Schuss der Schöpfe und Bälle kommen nicht mehr bei mir an die Salausgabe die Sitzung von der Hälfte Prozent der ja das ist ja auch nicht er hätte ich auch wieder Achtung, hier wandt sich vielleicht was an Oh, danke 3 und 3 Tore 2 so gut war er klar aber mannig guck dir mal die Gesichter der Fels an die Glocken das auch nicht auch das gibt es vielleicht doch setzt sich ein leichter zu ab und eine große Welt hat von Katzen dann soll die er soll die YouTube wir sollen mir YouTube mehr mehr schicken dass ich das nicht machen soll nicht irgendwie das Wort die Wörter nicht auf zu sagen das gibt es gar nicht in Klart was als er dann sage ich einfach ganz viele Schimpf oder so dass du ein Dauerhaus das ist was ich das kann ich nicht wirklich ich ach so aber okay nicht nur abgewählt sondern gleich auch noch den Ball ich guck mal Tutorials an wie wir später angucken und das bearbeitet schreit einfach an das Wort dein 2 aber die auch mehr Wurzel laufen 2 die Sonne bei FIFA in den Trainings Einheit machen Trainingsanhalt Sie müssen sie müssen Laufen über den Mund und Scheiß Tricks Tricks technisch und sowas Ja aber das soll mal bei vielfach 16 kommen und die und die soll mal was lernen du bist Müller und also heißt die Technik nicht LL okay okay alles drin alles drin mit Technik abgenickt von Technik nein jetzt hast du jetzt hast du den Schleichwerbung eingebaut ich habe mich erst gefragt wer das ist ja du bist im Video drin erhetten Glückwunsch der Beurteilung mit dem treib so aber ab und zu nichts das ist aber ein bisschen komisch Lauf du Hohenzollern! Lauf! Nein! Lauf doch, Junge! Lauf, Junge! Lauf, Junge! Jetzt ist drin! Es gibt Abschluss! Ich habe ja gesagt, das sind so Schwammelkinder! Der Busse, das die Ume wollte, der Abseits! Es ist nicht abseits den Händigen! Ja, komm! Jungen, was hat das? Ich bin besser aber das war kein Foul das war Aufregung Prozent die Stadt schade Schale sein Leister er hat das richtig erkämpft und hat den Ball all jetzt habe ich noch was aber das hat was da wir jetzt den Kopf NS Videos weil gar nicht im Video erlauft doch Junge da jetzt kommt schon wieder so eine Fotze wieder ja okay das stimmt doch lauf du Hund ja lauf dann nicht kommt schon wieder so einer die Stimmung ist grandios die Fans sind wild haben wir 2 1 gewinnen oder verloren es gibt jetzt wie unentschieden die Stimmung jetzt eintauchen das ist nochmal ein defensiver ja ja äh ich glaube die machen noch ein Tor das sieht nach einer guten Möglichkeit aus das ist es Klasse reingegeben wird was wer kann ich die verspielen das hätte doch keiner ahnen können Geräus net er SS ja 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 so ja das muss es sein die Porto Schoen Höhen ist nicht wenn die nicht passen ja eigentlich der einigen Verzuse so wurden hat er das geht scheiße ich möchte wie er in die ersten Spruch genannt es geht jetzt die oder so ach nee stimmt er scheiße ja geile Scheiße Skill mit Bolo Stimmt eh das ist auch ein YouTuber Ja dann zeige ich euch noch meine Ausdauer weil er glaubt das ja nicht und es ist ein guter Arzt die Leistung leck mich jede Menge Optimismus für die nächsten Spiele ähm ja eigentlich zeige ich euch das jetzt schnell meine Ausdauer und so alles so zeige ich euch ne 86 beschleunigt ah ok gibt's gar nicht 86 ja ok das ist gut passen 97 also ihr könnt das sehen äh Schuss Abschuss Schusskraft 88 also ihr könnt das immer stoppen dann könnt ihr es angucken ja jetzt wird es mal gucken ja ja ich sag bis zum